Wann loslassen und wann Abstand von der Sache bekommen? Also das sind ja zwei Begriffe, die häufig interessant sind im Leben. Loslassen bedeutet, man ist an einer Sache dran, an einem Konflikt, an einer Problematik. Man kommt nicht mehr so recht klar. Es sind zum Beispiel Verhandlungen da oder es ist ein Streit da. Es ist immer eine Situation, die sehr problematisch ist und man merkt einfach, da ist keine Kraft da, da ist vielleicht keine Entscheidungskompetenz da. Da fehlt so etwas wie ein Überblick, da fehlt so etwas wie ich schlafe mal eine Nacht drüber oder ich lasse mal zwei Tage, drei Tage verstreichen. Immer vorausgesetzt, man kann sich das leisten. Es gibt natürlich Dinge im Leben, da muss man sofort entscheiden und auch sofort Maßnahmen ergreifen. Aber bei vielen Sachen ist eben dieser Abstand und dieses Loslassen etwas ganz Wichtiges. Ein Abstand heißt wirklich, ich habe jetzt in meiner Einstellung alles getan, was ich tun konnte. Ich habe mich redlich bemüht. Und ein Problem, das wir immer wieder haben als Menschen, wir wollen etwas absolut lösen. Wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Und wir wollen unbedingt zu einer Lösung kommen, zu einer Klärung kommen, weil wir natürlich die Angst haben und die Befürchtung haben, wenn wir etwas aufschieben, wenn wir etwas nicht lösen, dann läuft es uns vollkommen weg, dann läuft es uns aus dem Ruder, dann wird es weiter problematisch und dann führt das beispielsweise zu einem Schuldkonflikt, den man hat oder zu einem Druck, den man einfach empfindet und sagt, ich kann das nicht und das ist dann eine Krisenhaftigkeit, dann wird man schlaflos und es wird problematisch. Und so ist immer wieder die Herausforderung da, wie die einen richtigen Abstand entstehen lassen und wie so ein Loslassen ermöglichen. Das ist ja gar nicht so einfach. Also ich persönlich gehöre eher zu den Menschen, die im Zweifelsfall sofort eine Lösung suchen, die auch spontane Lösungen suchen, um einfach nicht in dieser Gefangenheit zu sein, um sich nicht in diesem Dilemma zu befinden. Und das geht vielen Menschen so. Und dabei machen sie natürlich Fehler. Man kann nicht immer vernünftig entscheiden. Man hat nicht immer die Kompetenz, alles zu überblicken, was notwendig ist, um eine richtige Entscheidung zu treffen. Es ist einfach schwierig. Nehmen wir das Beispiel Verhandlungen, nehmen wir das Beispiel Diskussionen, Disputationen um das Thema, Streit, Streitereien. Und da ist es oft sehr hilfreich, wenn man eine Vereinbarung trifft in dem Moment und merkt einfach, ich brauche einen Abstand und ich brauche auch ein Loslassen. Und der Konfliktpartner braucht das vielleicht auch, dass man gemeinsam eine Absprache trifft und sagt, okay, lass uns das jetzt mal loslassen. Wir treffen uns morgen wieder oder übermorgen wieder. Also relativ zeitnah zu dem Problem, wo man aber genügend Abstand hatte und das Loslassen stattgefunden hat, sodass man dann wieder rangehen kann. Da ist ein anderer Tag, da sind andere Umstände, da ist man anders ausgeruht, vielleicht auch weniger ausgeruht, aber man ist einfach aufgrund aller Umstände, die so im Leben passieren, in einem anderen mentalen Zustand. Das ist ja das Wichtige dabei. Es ist irgendwie etwas anders zusammengesetzt. Der Konfliktpartner hat andere Kleider an, der hat weniger geschlafen oder der hat sich ausgeruht, der hat Abstand bekommen und auch ein Loslassen und ich selber auch. Und siehe da, wenn man sich dann trifft und den Konflikt nochmal durchgeht, nochmal durchmemoriert, nochmal gegenseitig, wechselseitig den Standpunkt mitteilt, die Problematik mitteilt, das, was man erlebt hat, erinnert und resümiert und dazu nochmal eine Stellung hat, sieht die Sache vollkommen anders aus als zu dem Konfliktzeitpunkt, wo etwas akut war. Und das ist oft sehr lohnenswert, wirklich den Abstand reinzukriegen, auch wenn es einen vielleicht ein bisschen drückt, wenn man sagt, naja, also da muss ich noch lösen irgendwo, aber ich konnte es jetzt nicht lösen, es war nicht möglich. Und ich weiß auch vom Wissen her, von der Information her und von meiner Lebenserfahrung, dass es wichtig ist, hier ein Loslassen und einen Abstand entstehen zu lassen. Das heißt also, man muss einfach Erfahrungen sammeln mit solchen Problematiken und sagen, wir vertagen uns jetzt. Und vertagen heißt ja, wie gesagt, nicht aufschieben und das heißt nicht aussitzen, das heißt nicht sich drumherum mauscheln, sondern das ist einfach etwas Effektiveres, etwas Neueres, also etwas anderes, als eben sich an einem Konflikt festzubeißen und ihn vielleicht eskalieren zu lassen, dass ein Streit vollkommen eskaliert und man damit gar nicht mehr klarkommen kann und die Eskalation vielleicht zu schlimmeren Folgen führt, das ist ja oft der Fall. Oder ein anderes Beispiel, die Grübeleien, wenn man an einem Problem ist und überlegt, ja, wie ist das Problem, was musste ich da erkennen, was ist da wichtig oder ich habe eine Lernaufgabe und komme nicht klar mit der Lernaufgabe, es überfordert mich, ich verstehe eine Sache nicht, ich habe vielleicht nachgefragt und nachgehakt und trotzdem verstehe ich es nicht. Ich habe mich also auf meine Art und Weise bemüht, in einer bestimmten Zeiteinheit, die dafür okay ist, die dafür optimal ist, nicht zu viel, nicht zu wenig und dann merke ich, ich komme nicht weiter und dann nehme ich den Abstand und das Loslassen. Was einem beim Abstand und Loslassen oder was es einem erleichtert, den Abstand und das Loslassen tatsächlich entstehen zu lassen ist, dass man verschiedene Dinge im Alltag zu tun hat. Wir müssen uns mit dem beschäftigen, wir müssen uns mit jenem beschäftigen, das ist so, als ob man einen Schreibtisch hat, wo man ein bestimmtes Pensum abarbeiten muss oder abwickeln muss, wie man so sagt, abarbeiten und abwickeln und das ist sehr hilfreich. Das heißt also, wenn du dann andere Dinge hast, die in deinem Timetable sind, da machst du deinen Sport, da hast du andere Probleme zu lösen, ganz anders gelagerte Probleme zu lösen, da hast du Verabredungen und so weiter, fällt es natürlich leichter. Wenn man natürlich sonst nichts hat, außer diesem Konflikt oder dieser Problematik und dann in Abstand hineinkriegen soll und das Loslassen entstehen lassen soll, fällt es in der Regel schwerer. Also mein Ratschlag an der Stelle, eben die typischen Abarbeitungen zu haben, die man so im Alltag, Berufsleben oder auch sonst im Leben zu erledigen hat und dann fällt es leichter, weil andere Aufgaben sind auch wichtig und die muss man auch lösen. Und die sind auch da. Und bei anderen Aufgaben fällt einem das leichter, da braucht man diesen Abstand und dieses Loslassen nicht. Also das ist hier ein ganz wichtiger Ratschlag, die anderen Dinge dann abzuarbeiten und zu sagen, zu dem Zeitpunkt beschäftige ich mich mit dem Thema wieder. Also morgen Abend um die gleiche Zeit oder wann auch immer in der relativen Zeitnähe, um das Problem zu lösen. Mental gesehen ist eben diese Fraktionierung der Problemlösung oder der Konfliktlösung etwas ganz Wichtiges, weil die Umstände der erneuten Vorlage eines Konfliktes dann andere sind als in einer vergangenen Zeit. Also die Umstände verändern sich stets und auch sehr subtil nach dem Motto, alles verändert sich stets und alles wandelt sich stets. Also auch Einstellungen, die man hat, Überblicke, die man hat. Nicht tun, nicht das Loslassen ist ja wichtig im Sinne eines Nicht-Tun. Da passiert unterbewusst etwas. Und unterbewusst blicken wir nicht durch, aber wir vertrauen dem Unterbewussten, weil sich dadurch etwas verändert, weil sich es dadurch ändert. In der Art, dass wir zum Beispiel darum träumen und wir können diese Träume um die Problematik gar nicht erinnern, aber die Träume haben trotzdem stattgefunden. Und damit eben eine unterbewusste mentale Veränderung, die da war. Das ist also zum Beispiel eine Sache, die so entstehen kann. Aber auch die Positionen verändern sich. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Konflikt in einer Räumlichkeit habe, immer wieder in der gleichen Situation, im gleichen Gegenüber mit dem Konfliktpartner oder mit mir selber in dem Problem. Oder ob ich in einem anderen Raum bin oder ob ich die Sache im Gehen löse. Also am nächsten Tag oder am übernächsten Tag im Gehen löse. Oder in einem Restaurant sitze, in einem Kaffee sitze und einen Kaffee trinke und dabei ganz entspannt bin und das Wetter schön ist oder auch nicht schön ist und die Umstände dann zum Beispiel vollkommen anders gelagert sind. Es sind wirklich sehr vielfältige, durchdringende, subtile Umstände, die uns auf diese Art und Weise zur Verfügung stehen und es uns erleichtern, ein Problem zu lösen, indem wir Abstand gewonnen haben, indem wir nicht mehr verwickelt sind und verstrickt sind und indem wir losgelassen haben. Diese beiden Faktoren sind oft sehr wichtig. Also man sollte eine geschärfte Wahrnehmung, eine Bewusstheit, eine Achtsamkeit dafür entwickeln, wie weit kann ich jetzt ein Thema lösen, ein Problem lösen, einen Konflikt tatsächlich auch zu Ende lösen und wie weit nicht. Und es gibt vielerlei Konfliktkonstellationen, die einfach diese Fraktionierung brauchen, diesen Aufschub brauchen von Abstand und Loslassen. Und das ist etwas, was man trainieren kann. Zunächst mal, genauso wie bei Entscheidungsfindungsprozessen, bei einfachen Dingen. Wie gesagt, einfache Entscheidungen, die man trifft, kann man trainieren in der Form, dass man einfach entscheidet und entscheidet und wieder neu entscheidet und wieder umentscheidet und so weiter. Und das ist hier genau das Gleiche. Bei einfachen Problemen in Anführungszeichen, Konflikten kann ich eben aufschieben und sagen, jetzt Time Out, nicht tun, Abstand gewinnen und loslassen und dann entsprechend mit dem Konflikt wieder umgehen. Also im Grunde genommen ist es ja eine fraktionierte Denkweise oder eine fraktionierte Handlungsweise, eine fraktionierte Verhaltensweise, die man hat, die im Übrigen auch ein Kontinuum schafft. Also etwas, wo man sagt, die Dinge sind einfach in ihrer Prozesshaftigkeit. Und man lernt dadurch, Prozessen zu vertrauen, inneren Prozessen zu vertrauen, mentalen, unbewussten Prozessen zu vertrauen, aber auch bewussten Prozessen zu vertrauen, zu sagen, ich arbeite an der Sache regelmäßig und kontinuierlich und dadurch gibt es ein Ergebnis. Ich muss nicht alles auf einmal lösen. Ein Künstler beispielsweise ist ein anderes Beispiel dafür, vielleicht an der Stelle dem alten Bild, dem alten Porträt von einem anderen Menschen. Und er merkt, ja, er ist so richtig bei der Sache, aber er merkt, irgendwas fehlt noch. Da ist etwas da, implizit, unbewusst da, was ihm noch nicht gefällt. Und da wird er nicht, wenn er einigermaßen normal ist, in diesen Rausch verfallen, in diese Manie verfallen, das jetzt vollenden zu wollen. Absolut vollenden zu wollen, weil heute Abend Abgabetermin ist oder er glaubt, er müsste das heute Abend abgeben. Nein, er macht ein Loslassen, er kriegt einen Abstand, er schläft eine Nacht, zwei Nächte drüber, vielleicht drei Tage oder was auch immer. Und dann kommt das Weiterarbeiten an der Sache. Und dann kommt eben plötzlich diese Einsicht, dieser Einfall, aha, das hat noch gefehlt. Das habe ich gar nicht gesehen, als ich neulich vor dem Bild stand und den Pinsel in der Hand hatte und mir überlegt habe, welche Farben mische ich da jetzt zusammen. Und wo kommt diese Nuance hin oder diese Nuancen hin? Da hat er es nicht gewusst, aber jetzt weiß er es. Also da ist es zum Beispiel so bei diesen kreativen Arbeiten etwas sehr Häufiges, was man teilweise auch lernen muss, um nicht im Schwanger des, ich mache jetzt aber total und absolut und das muss jetzt fertig werden und ich will das hinter mir haben, was es natürlich auch gibt. Es gibt diese Dinge, die will man hinter sich haben und dann eben auch ablegen und mit denen zunächst mal nichts mehr zu tun haben. Aber die häufigeren kreativen Prozesse, schöpferischen Prozesse und Arbeitsprozesse und Entscheidungsprozesse bei wichtigen Dingen brauchen diese Timeouts, diese Abstände und dieses Loslassen.